Jo Leute, was geht? Willkommen zu Throne and Liberty. Heute wird es ein sehr umfangreiches Video, deswegen lehnt euch zurück. Es wird auch sehr viele Informationen auf euch einprasseln. Deswegen seid auf jeden Fall auch mit dem Köpfchen dabei und hört das Video nicht nur nebenbei, weil dann verpasst ihr einiges. Weil heute geht es um das komplette Endgame, ich hatte es euch versprochen, von Throne and Liberty. Und das ist nicht nur ein, zwei, drei Sachen, sondern das ist so ein riesiges, massives Paket, weil es das umfangreichste Spiel, was ich jemals tatsächlich gespielt habe. Deswegen würde ich sagen, verplempern wir auch keine Zeit und starten direkt rein mit dem ersten. Ich habe keine chronologische Reihenfolge oder so, ich versuche es aber so sinnhaft wie möglich rüberzubringen und ja, würde ich sagen, starten wir direkt rein. Da sind wir nämlich direkt richtig, wir sind hier in der Gildenbasis und Gilde ist eigentlich ein Thema, da müsste ich nochmal ein eigenes Video zu machen, weil das so ein riesen Ding ist. Deswegen werde ich Gilde nicht haarklein erklären, aber zumindest mal die wichtigsten Dinge. Also, auf die Gilde habt ihr Zugriff, wenn ihr Level 7 seid. Dann könnt ihr hier bei Community in die Gilde rein, euch eine Gilde suchen, einer Gilde beitreten oder eine Gilde erstellen. Die Gilde könnt ihr leveln durch verschiedene Aufträge, da komme ich gleich zu. Eine wichtige Sache, die bei Gilden wichtig ist, ist hier dieses Tor in der Gildenbasis. Für all die nicht wissen, wo die Gildenbasis ist, wenn ihr in Vienta seid, das ist hier, unten, wenn ihr von der Hauptstadt, Castleton, hier die Straße entlang lauft, in Vienta, dort ist die Gildenbasis. Und eine wichtige Sache in der Gildenbasis ist dieses Portal, weil in diesem Portal können die Gildenbosse, die Berater und der Führer, einen Gildenboss heraufbeschwören. Immer eine bestimmte Anzahl pro Woche, jeden Mittwoch wird das resetet. Wir können aktuell mit unserem aktuellen Level, wir sind in Level 13, vier Stück herausfordern, haben wir auch eben gemacht. Und damit der Gilde bekämpfen. Da gibt es die höchste Wahrscheinlichkeit, eins dieser lilanen Items zu bekommen, weil nicht der ganze Server dabei ist, sondern nur 20, 30, 40, 50 Gildenmitglieder. Also eine sehr, sehr coole Sache und meiner Meinung nach auch fast das Geilste im ganzen Spiel. Das macht mir aktuell am meisten Spaß. Wichtig ist, um die Gilde zu leveln, um stärkere Bosse heraufzubeschwören, um mehr Bosse am Stück zu bekämpfen, müsst ihr Gildenverträge abschließen. Das seht ihr mal hier, am Anfang hat man nur einen, da kommt ein zweiter dazu und später, wenn ihr ein bisschen höher seid, gibt es auch noch einen dritten. Und diese müsst ihr immer bespielen mit der ganzen Gilde, um den, ja, die Gildenlevel zu erhöhen und dann mehr Gildenbosse herauszufordern. Noch ein kleiner Side-Fact hier, Lose Liberty, mit denen sind wir verbündet, das ist mein 2-Clan. Wenn ihr also noch einen Clan sucht, dann könnt ihr hier in Lose Liberty 2 kommen und dann, wenn ihr durch da gut beweist und gut performt, auch hier in Lose Liberty kommen, wo wir jeden Freitag die Gildenbosse machen. Als nächstes, das können wir direkt schnell abfrühstücken, wenn ihr in das Blitzmenü geht und dann Dreieck drückt und dann Amitoi Expedition, beziehungsweise ins Amitoi Haus, wenn ihr L2 gedrückt haltet, Blitzmenü und dann hier in das Amitoi Haus. Dann könnt ihr dort eure kleinen Amitoise losschicken auf eine Expedition. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens, das ist der wichtigste Punkt, sind die Abgrundmarken, da komme ich gleich drauf zu sprechen, weil die Abgrundmarken kriegt ihr jeden Tag durch Koop-Dungeons, durch Vertragsmünzen, da kommen wir alles gleich noch zu, und eben auch durch diese Amitois hier, hier unten, seht ihr das? 14 Stück an der Zahl, das heißt, wenn ihr das eine Stunde wegschickt, dann kriegt ihr hier bis zu 14 Abgrundmarken. Das Ganze könnt ihr natürlich auch 8 Stunden machen und dann kriegt ihr hier 84, ganz wichtig. Zusätzlich gibt es auch noch ein paar andere wichtige Items, da könnt ihr dann einfach durch das Level, was ihr bekommt, die verschiedenen Gebiete hier freischalten und verschiedene Sachen bekommen. Aber gerade die Abgrundmarken dafür ist das wichtig. Wo wir gerade bei Amitois sind, die sind auch wichtig, weil wenn ihr da eine Menge von habt, dann kriegt ihr verschiedene Bonis. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, wenn ihr bei Amitois seid, oben gibt es eine Beschwörungsliste, da könnt ihr aussuchen, wen ihr haben wollt, der euch einfach verfolgt und eure Sachen einsammelt. Aber beim Lithographiebuch gibt es auch die Möglichkeit, wenn ihr eine bestimmte Menge an verschiedenen Amitois habt, dann gibt es verschiedene Bonis und die sind auf jeden Fall ganz wichtig. Es gibt insgesamt 45 Amitois, die es zusammen gibt und ich würde euch empfehlen, zu versuchen, alle zu bekommen. Verträge, auch ein wichtiges Thema, gibt es in verschiedenen Städten. In der Stadt, wo ich das aktuell mache, ist es Carinadorf. Übrigens, über alles, was wir hier reden, ist natürlich das Endgame. Es gibt auch bestimmte Dinge, wie Gilde und auch ein paar andere Sachen, die man auch zwischendurch schon machen kann. Aber ich gehe hier von allem aus und gehe davon aus, das ist Level 48, 49, 50 und habe die ganze Karte aufgedeckt. Also, wenn ihr jetzt mit Level 10 das Video hier guckt, dann schaut lieber nochmal meinen Beginnerguide, der wird euch wahrscheinlich mehr helfen. Ich gehe hier davon aus, dass ihr alle Level 50 seid und die komplette Karte aufgedeckt habt und die komplette Story durch habt. Ich gehe immer im Carinadorf und zünde hier die Verträge. Das ist echt super, super wichtig. Es gibt jeden Tag 10 neue Vertragsrechte. Das könnt ihr euch hier einmal anschauen auf dem Fragezeichen. Jeden Tag werdet ihr 10 Verträge bekommen und ein Maximum von 60 haben können. Und ihr könnt diese Verträge hier, die seht ihr hier, abschließen. Einmal annehmen und dann abschließen. Hier steht immer bei, was ihr machen sollt. Was ihr da machen wollt, das bleibt euch überlassen. Aber hier gibt es auch wieder Abgrundmarken, verschiedene Items und zwei unterschiedliche, sehr wichtige Sachen. Einmal Aktivitätspunkte, die sind super wichtig, um herauszufinden, was ihr für Loot bekommt. Aktivitätsplatzierung und einmal die Vertragsmünzen, die sind auch super wichtig. Weil mit Vertragsmünzen könnt ihr beim Vertragshändler einkaufen. Unter anderem sehr, sehr wichtige Dinge. Ein Vertragshändler ist zum Beispiel direkt in Vienta, dort wo auch die Gildenbasis ist. Ich port jetzt nicht direkt da hin, um ein bisschen Zeit zu sparen. Hier unten ist der Vertragshändler. Und da könnt ihr einfach mal schauen, was ihr dort kaufen könnt. Ich komme leider jetzt nicht drauf, weil ich nicht weiter reinzoomen kann. Aber hier einfach vom Spawner ein bisschen was runter. Dort der Vertragshändler. Das heißt, wenn ihr Vertragsmünzen habt, könnt ihr die dort ausgeben für coole Sachen. Ich denke, Lithographie ist ein Ding, das werden die allermeisten von euch schon kennen. Denn wenn ihr Items findet, dann könnt ihr die A benutzen, B zerstören, C verkaufen. Oder hier in der Lithographie eintauschen und dafür dann gute Belohnungen bekommen. Ich denke, das werden die allermeisten kennen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht zu sehr drauf ein. Ihr könnt die Sachen natürlich farmen und Lithographie ist wirklich wichtig. Deswegen schaut ihr auf jeden Fall immer mal wieder rein. Auch auf den Codex, die Nebenmissionen, da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Ich denke, das werden die allermeisten schon entweder meinen Beginnerguide gesehen haben. Oder sowieso durch die Story schon wissen. Codex auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Deswegen kommen wir jetzt zu einer der wichtigsten Dinge im Spiel. Einerseits natürlich die Geheimdungeons. Das werdet ihr durch die Story auch schon erlebt haben. Ihr könnt, je nachdem welches Level ihr seid, Abschlufe 50 könnt ihr sowieso alle machen, hier verschiedene Stockwerke solo herausfordern. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, ist nicht so relevant. Aber hier gibt es einmalig sehr gute Belohnungen. Und hier könnt ihr, wenn ihr ein gutes Bild habt und sehr stark seid, richtig gute Sachen bekommen. Hier zum Beispiel gibt es ein neues Mount, beziehungsweise eine neue Verwandlung und viele Items, um einfach zu leveln. Dazu gibt es aber auch noch das Portal der Unendlichkeit. Da würde ich, das könnt ihr einmal die Woche machen, auch versuchen sich zu platzieren, um Belohnungen zu bekommen. Das sind die Belohnungen, die ihr hier bekommen könnt. Einerseits hier wieder Wiederherstellungsmützen, aber auch andere coolen Loot. Deswegen schaut hier auf jeden Fall rein, ob ihr stark genug seid und hier euch eine Platzierung holen könnt. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, hier reinzuschauen. Dafür gibt es aktuell noch zu viel anderes Zeug zu tun. Aber auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache. Ab Level 40 wird das Auktionshaus freigeschaltet. Erst ab Level 40 wurde schon öfters gefragt. Und hier könnt ihr Sachen verkaufen. Ihr könnt nicht alles verkaufen, aber einiges. Und wichtig ist, wenn ihr etwas verkauft, dann müsst ihr A, Steuern zahlen. Das heißt nicht das, was für das, was ihr es verkauft, bekommt ihr auch. Sondern ihr müsst immer um die 30% abgeben. Und ihr könnt auch nicht jedes Item hier draufstellen. Aber ihr könnt Items extrahieren. Dafür geht ihr einfach ins Inventar. Und dann drückt ihr R3. Das seht ihr rechts. Und dann kommt ihr hier unten in die Liste. Hier könnt ihr einerseits natürlich sagen, ey, ich möchte Items zerlegen. Oder ich möchte Eigenschaften extrahieren. Weil jedes Item hat verschiedene Eigenschaften. Hier das zum Beispiel. Der Zauberstab, den ich benutze, der hat Buff-Dauer. Oder hier, den ich heute bekommen habe. Der hätte untoten Zusatzschaden. Und so könnte ich jetzt dieses Item nutzen. Und mit Eigenschaft Attraktionssteinen dieses Item, diese Eigenschaft rausholen aus dem Item. Das Item geht kaputt. Und diese Eigenschaft könnt ihr dann auch im Shop, im Auktionshaus verkaufen. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, um sich Loot-Cent dazu zu verdienen. Um zum Beispiel einen Kampfpass oder andere Sachen aus dem Laden zu kaufen. Das nächste super wichtige Feature, wahrscheinlich nach der Gilde das zweitwichtigste, sind Koop-Dungeons. Koop-Dungeons könnt ihr schon ab Level 20 machen. Und hier gibt es mit den besten oder zumindest mal den besten Loot, den ihr einfach bekommen könnt. Weil wenn ihr hier so ein 50er Dungeon, das mache ich aktuell immer, abschließt, habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ein lilanes Item zu bekommen. Die Gruppen, die erkläre ich euch einmal, ihr bekommt immer ein Item aus jeder Gruppe. Das heißt, aus jeder Gruppe bekommt ihr ein Item und das zu 100% bzw. hier unten Gruppe 9, das bekommt ihr zu 16%. Und dann habt ihr hier ganz unten auch noch Gruppe 14, dort bekommt ihr zu 3% ein Amitoy. Aber wichtig ist natürlich, was bekommt ihr aus Gruppe 1? Aus Gruppe 1 habt ihr zu 100% die Chance, eins dieser Items zu bekommen. Und die lilanen Items zu bekommen sind insgesamt ungefähr 36%. Das heißt, ihr habt eine Chance von 1 zu 3 ein lilanes Item zu bekommen. Und das ist aktuell gemessen auch an dem, was ihr dafür tun müsst, die einfachste Art und Weise lilaner Items zu bekommen. Da könnt ihr hier einfach mal durchschauen, welche Bosse ihr eventuell schafft. Ihr müsst dafür wirklich stark sein und vor allen Dingen müsst ihr die Mechanik vom Boss kennen. Weil jeder Boss, zumindest alle Bosse, die ich bisher gespielt habe, hat eine Vibe-Mechanik. Das bedeutet, der Boss macht irgendeine Mechanik, wo ihr etwas Bestimmtes tun müsst, um diesem Vibe aus dem Wege zu gehen. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video zu jedem Boss. Ich glaube eher nicht. Ich komme dazu gerne mal im Stream, wenn ihr dazu Fragen habt oder auf dem Discord. Und wenn ihr diesen Boss dann besiegt habt, bekommt ihr ein Item, was ihr dann, wie ich gerade erklärt habe, die Eigenschaft rausholen könnt und dann im Auktionshaus verkaufen könnt. Die Gruppensuche erkläre ich euch auch. Wenn ihr jetzt nicht eine perfekte Gruppe von 6 Leuten habt, könnt ihr hier in die Gruppensuche gehen. Dafür geht ihr hier einmal drauf, sucht euch aus, welchen Boss ihr machen möchtet. In meinem Fall Höhle der Zerstörung. Und dann müsst ihr noch sagen, seid ihr ein Tank, seid ihr ein Damage-Dealer, also Angriff oder seid ihr ein Heiler? Ich kann nicht schon mal sagen, Heiler und Tanks sind echt Mangelware. Die allermeisten, die das Video hier gerade gucken, sind bestimmt auch Angreifer von euch. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr Heiler oder Tank seid, würde mich sehr interessieren. Und dann klickt ihr hier drauf und dann könnt ihr Spielersuche starten. Und dann werden 5 andere Leute gesucht, 1 Tank, 1 Heiler, 4 Angreifer und dann geht es rein in dieses Dungeon. Für das Dungeon benötigt ihr Dimensionsmarken. Beziehungsweise, um am Ende die Truhe aufzumachen, benötigt ihr Dimensionsmarken. Ihr bekommt jeden Tag automatisch 900, das heißt bei den 50er Dungeons könnt ihr 3 mal eine Truhe pro Tag aufmachen. Und bei den 40er und 30er, die sind ein bisschen günstiger. Ich würde euch aber raten, wenn ihr Level 50 seid und stark seid, geht nur noch in die 50er ein, weil es dort eben die Lila-Items gibt. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ihr diese Truhe aufmacht, bekommt ihr auch Abgrundmünzen. 500, das heißt Abgrundmünzen aus den Army-Toys, Abgrundmünzen aus dem Vertragsländer und Abgrundmünzen aus den Koop-Dungeons. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Abgrundmünzen. Das wissen nämlich viele nicht, was sie mit diesen Abgrundmünzen machen können. Das ist diese Zahl, die ganz oben rechts über der Karte steht, wo ich gerade 7.113 von habe. Diese Abgrundmünzen könnt ihr ausgeben im Abgrund. Davon gibt es verschiedene. Ich zeige euch mal ein paar. Einerseits ist das hier das Ameisennest. Ihr seht das immer an diesem Zeichen. Das ist so ein Tor mit einem Vogel dran. Wenn es tagsüber ist, dann könnt ihr da rein. Wenn es Nacht ist, könnt ihr nicht da rein. Wenn ihr drin seid und es wird Nacht, dann wird das hier ein PvP-Gebiet. Deswegen passt da immer gut auf. Aber auch wenn ihr PvP-Stirbt, verliert ihr nichts. Ihr werdet einfach nur zurückgeportet. Also macht euch da keine Sorgen. Also es gibt hier das Ameisennest. Es gibt hier Abgrund von Sylois. Es gibt hier Tempel von Syla-Welt. Und das aktuell beste Dungeon, wo es den aktuell besten Loot gibt, ist hier oben in der Schattenkrypter. Dort gibt es aktuell die höchste Dichte an Lila-Item bzw. die besten Lila-Items. Unter anderem auch Schmiedematerialien, die ihr braucht. Aber auch Mäntel, Waffen, Rüstungen, alles mögliche. Wenn ihr wissen wollt, was es hier gibt, könnt ihr hier einfach mal auf die Monster-Informationen gehen. Könnt gucken, welche Monster es gibt. Klickt da drauf und dann seht ihr ganz genau, welche Items die fallen lassen können. Wenn ihr also richtig viele Abgrundmünzen oben habt, dann geht in die Schattenkrypter und gebt alle eure Abgrundmünzen dort aus. Für jeden Gegner, den ihr besiegt, werden ein paar Abgrundmünzen abgezogen. Und nur dann gibt es auch Erfahrung, Gold und auch Loot. Das heißt, wenn ihr jetzt null Abgrundmünzen habt, dann könnt ihr nicht in die Schattenkrypter. Ihr könnt schon rein, aber ihr kriegt keinen Loot. Deswegen schaut, dass ihr immer viele Abgrundmünzen sammelt und dann in die Schattenkrypter geht, um dort den besten Loot im ganzen Spiel zu holen. Kleiner Tipp, am besten sucht ihr euch eine Gruppe, weil alleine ist das echt ein bisschen schwierig, weil die Gegner da 30.000 bis 50.000 Leben haben. Macht auf jeden Fall Sinn, dort mit einer 6. Gruppe reinzugehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die World-Events. Ich gehe jetzt nicht auf alle ein, aber wenn ihr L2 plus Dreieck drückt, dann könnt ihr sehen, was die nächsten World-Events sind. Da könnt ihr einfach mal alle ausprobieren. Manchmal muss man auch welche machen für einen Kodex oder für verschiedene Gildenverträge. Und ganz wichtig sind hier immer die Weltenpost. Die kommen immer um 1 Uhr, um 16 Uhr, um 20 Uhr, um 22 Uhr und um 1 Uhr nachts. Macht die immer mit, auch wenn der Loot da an sich nicht gut ist, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Lila-Items bekommt, nicht gut ist. Ihr bekommt von dem Weltenboss immer eine Kiste. Und aus der Kiste gibt es diese Spezialmedaille, die ihr zum Crafting braucht. Deswegen versucht jeden Weltenboss, der kommt, mitzunehmen. Wenn ihr 40 von diesen Spezialmedaillen habt, könnt ihr in der Festung Burg, 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 Burgfelswacht bei den Lila-Händlern hier Sachen herstellen. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass ihr jeden Weltenboss mitmacht, den ihr mitmachen könnt. Aber ihr könnt natürlich auch hier die ganz normalen World-Events mitmachen, wie die Wolfsjagd, Mana-Wahnsinn und, und, und. Vielleicht noch eine kleine Erklärung, was was ist. Frieden bedeutet alle gegen alle, aber PvE. Kooperativ bedeutet, ihr kämpft alle zusammen in einem Team. Dann gibt es noch PvP und ich glaube, das war's. Ah ja, dann gibt es hier noch Gilde. Gilde ist meistens auch PvP. Das kommt dann drauf an, was das für ein Event ist. Ihr könnt das Ganze auch hier auf der Karte euch einfach anschauen, indem ihr hier rechts auf den Kalender geht. Dort seht ihr genau, wann was kommt und könnt dann schon mal planen, wann ihr was machen wollt. PvP gibt es auch noch, habe ich noch nie gemacht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ist für mich sehr irrelevant. Ich bin ein absoluter PvE-Spieler, deswegen PvP kann ich euch leider nicht zu sagen. Aber eine letzte Sache noch und dann sind wir auch endlich durch, sind die wöchentlichen Missionen. Die werden auch mit Level 50 freigeschaltet und da solltet ihr auch unbedingt einmal reinschauen, weil ihr für jede wöchentliche Mission, die ihr abschließt, einmal ein Item bekommt. Und da reden wir nicht von blauen Items, sondern immer von lila Items. Ihr kriegt hier nur ausschließlich lila Items raus und ihr könnt dann am Ende, wenn ihr sagen wir mal alles abgeschlossen habt hier, jeweils hier auf dieses Fragezeichen drücken. Dann habt ihr 3, 6, 9, 12 Items und könnt aus diesen 12 Items eins aussuchen, was euch einfach geschenkt wird. Deswegen schaut, dass ihr diese wöchentlichen Missionen immer abschließt und so viele wie möglich, damit ihr am Ende der Woche die beste Wahrscheinlichkeit habt, hier was richtig, richtig Cooles rauszuholen. Das war bestimmt noch nicht alles und bestimmt habe ich noch hier und da Kleinigkeiten vergessen. Vielleicht, ich meine wir haben auch noch überhaupt gar nicht über Nebenmissionen und sowas gesprochen, aber das würde das Video sprengen. Ich hoffe, ihr habt hier einiges gelernt und wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich versuche jeden Kommentar zu lesen und natürlich auch zu beantworten. Ansonsten kommt sehr gerne in den Discord. Im Discord werden euch natürlich auch alle Fragen beantwortet und ich würde mich natürlich wie immer über einen Follow freuen, wenn ihr nichts zu Strong and Liberty verpassen wollt. Sehr über ein Like auf dem Video, sehr gerne ein Like da lasst, ist komplett kostenlos und mega, mega nice. So, ich hoffe, mich sehr freuen. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.